Guten Morgen! Hallo zusammen! So, die letzten Tage habe ich euch ja ein bisschen mit auf Tour genommen mit Sprottel und mir. Also wir waren ja an der Ostsee und dann haben wir uns mit dem Hugo getroffen und Nina, was auch richtig cool war. Das waren ja alles eher so, ja, Veranstaltungen außer der Reihe, also besondere Tage nenne ich es mal. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch heute einfach mal mit zu einem oder auf einen ganz normalen Tag mit mir und Sprottel. Also wie unser Alltag so aussieht, wie wir so in den Tag starten, wie das Büro- und Ladenleben bei uns läuft. Also, der Tag beginnt. Es ist jetzt kurz vor sieben. Ich habe meinen ersten Kaffee schon getrunken. Sprotte, ja, die Tigert hier unten rum, muss erstmal noch wach werden. Denn wenn es nach Sprotte ginge, müssten wir jetzt nicht unbedingt vor neun Uhr das Haus verlassen. Also, ich bin definitiv der Frühaufsteher von uns beiden. Nicht wahr, Sprotte? Ist sie schon wach oder noch nicht so? Wie angewurzelt sitzt sie hier? Ja, okay. Okay, ich würde sagen, sie ist wach. Deswegen können wir jetzt los. So, auf dem Weg zum Auto ist jetzt quasi auch Sprottes erster kleiner Spaziergang. Die Frage kam nämlich letztens auch schon mal öfter, wie ich das dann mache, ob das direkt das Erste ist, was ich tue, nachdem ich aufwache, ob ich direkt mit ihr raus muss. Das muss ich glücklicherweise nicht, denn ich bin meistens sehr früh wach. Und am Anfang bin ich dann natürlich immer direkt mit ihr rausgegangen. Und mittlerweile guckt sie mich aber an, wenn es irgendwie so sechs Uhr noch wach ist, zeigt sie mir einen Vogel. Da ist sie noch mega müde und da würde ich ihr keinen Gefallen mit tun, sie dann zu wecken und mir selbst auch nicht. Denn sie ist definitiv ein Langschläfer. Aber wenn sie dann einmal wach ist, dann ist sie auch wach. Deswegen geht es jetzt erstmal los. So, jetzt sitzen wir im Auto. Sprotte hat eine Box im Kofferraum. Da ist quasi hier Rot hinten drin. Und bevor wir jetzt aber ins Büro fahren, fahren wir erst nochmal in einen Park und gehen dann eine ganz große Runde spazieren. Ich liebe, dass immer morgens dann einfach noch nicht so viele Leute unterwegs sind. Und dann ist Sprotte schon mal schön ausgelastet und kann im Büro erstmal eine lange, lange Runde schlafen. Also wenn sie einmal am Tag dann ihren großen Spaziergang mit ein bisschen Toben und Tollen hatte und auch ein bisschen was für den Kopf gemacht hat, ist sie auf jeden Fall ausgelastet. Und das ist halt auch sehr schön, denn wenn ich erstmal im Büro bin und der Laden dann auf ist, dann kann ich natürlich auch nicht so lange weg. Ja, deswegen finde ich das eine sehr schöne morgendliche Routine. So, wir sind jetzt unterwegs. Es ist herrliches Wetter. Ja, wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht. Wie spät haben wir es? Kurz nach sieben? Viertel nach sieben? Halb acht? Irgendwie sowas. Und ja, ein sehr schöner Start in den Tag. So, ich habe auch am Frühmord Morgen schon Verstärkung. Das ist die liebe Stella. Und ja, dass Stella auch so ein Frühaufsteher ist wie ich, gehen wir öfter mal vor der Arbeit einfach gemeinsam mit Sprotte spazieren. Wobei ich mir inzwischen manchmal nicht ganz sicher bin, geht sie eigentlich spazieren, weil sie mich sehen will oder weil sie Sprotte sehen will? Weil ich euch beide sehen will. Na klar, na klar. Hm, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, aber gut, lassen wir das mal so stehen. So, wir haben es jetzt so 8.30 Uhr ungefähr und sind jetzt im Laden angekommen. Und hier muss jetzt natürlich, bevor geöffnet wird, erstmal alles von Sprotte genauestens inspiziert werden, ob auch noch alles da ist. Und Sprotte, was meinst du? Ist noch alles so wie gestern? Ist noch alles so wie gestern? Ja, ich glaube, dass hier auch jemand langsam Hunger hat. Und die Snackbar riecht natürlich verlockend gut, nicht wahr? Deswegen ist es jetzt erstmal, glaube ich, Zeit für eine Schlammerdose. Mal sehen, was es heute wird. Ja, wer die Wahl hat, nicht wahr? So, da wartet jemand ganz geduldig. Ist okay, guten Appetit. So, lass es dir schmecken. Da gibt es jetzt eine leckere Dose Seelachs zum Frühstück. So, und während Sprotte jetzt ihr Frühstück genießt, werde ich mich hier auch langsam mal ausbreiten. Und meinen Arbeitsalltag beginnen. Und Sprotte wird sich dann wahrscheinlich hier auch gleich hinlegen. Sie hat hier neben meinem Schreibtisch eine kleine Box, wo sie sich zurückziehen kann. Und dann ist wahrscheinlich für die nächsten Stunden erstmal schlafen angesagt. So, es ist jetzt, wie spät ist es eigentlich, halb zehn. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Termin, bei dem Sprotte jetzt ausnahmsweise mal nicht mitkommen kann. Ja, anfangs habe ich mich da immer richtig schlecht gefühlt, sie dann alleine zu lassen. Mittlerweile bin ich da etwas entspannter geworden. Da mir bewusst ist, dass das schon ein Riesenglück ist, dass ich sie jeden Tag mit zur Arbeit mit ins Büro nehmen kann. Und da kann sie dann auch einfach mal für ein paar Stündchen alleine bleiben. Das stört sie auch zum Glück gar nicht. Die schläft dann meistens und findet das gar nicht so schlimm, dass sie dann eben alleine ist. Genau, also, ich melde mich später wieder. So, und so wiegt dann der harte Alltag eines Bürohundes aus. Sie macht hier gerade Pause auf meinem Schoß. Huch. Na, wo bist du denn? Da. Und ist sehr, sehr müde, ne? Ja, so müde. So müde, so ein anstrengendes Leben hier im Beladen, ne? Im Hundeladen und im Büro ist es so anstrengend. Also ihr seht, sie hat es nicht leicht. So, ich bin jetzt wieder da vor meinem Termin. Also es gibt Zeit, um nochmal eine Pipipause mit Sprotte einzulegen. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt ist es schon auch gleich kurz vor zwölf. Also höchste Zeit, den Laden aufzuschließen. Dann wollen wir mal reingehen. So. Und falls ihr noch nie bei unserem Hundeladen wart, gibt es hier einmal den Rundumblick. Ja. Und du gehörst natürlich auch dazu, Sprotli. Und falls sich jetzt einer von euch fragt, was Sprotte denn den ganzen liebend langen Tag macht, wenn ich hier arbeite. Eigentlich braucht man gar kein Bild dazu, sondern nur den Ton. Mal gucken, ob ich es rauskriege. Na, Schnarchnase? Hab ich dich geweckt? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich natürlich den großen Fehler begangen und habe sie geweckt. Sorry, Sprotte. So, Sprotte und ich haben Feierabend gemacht und ich sitze schon umgezogen im Auto. Denn jetzt geht es für mich nochmal raus aus Berlin zu den Pferden. Denn wer uns vielleicht schon eine Weile verfolgt, wer weiß auch, dass Josi und ich beide ganz, 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 ganz dolle Pferdemädchen, kann man das so sagen. Ja, wir reiten halt schon jahrelang. Und ja, bei mir ist es halt so, dass ich zweimal die Woche ungefähr in den Stall fahre. Und heute Abend ist es wieder soweit. Sprotte ist im Kofferraum. Das ist jetzt ungefähr so eine halbe Stunde Fahrt. Autofahren macht ihr zum Glück überhaupt gar nichts aus. Da pennt sie jetzt wieder, denn wir waren eben nochmal eine Runde spazieren. Und ja, im Stall werde ich aber die Kamera vermutlich nicht mitnehmen, denn es ist heute tatsächlich das erste Mal für Sprotte, dass sie mit in den Stall kommt. Deswegen will ich ihr dann natürlich meine ganze Aufmerksamkeit widmen und nicht irgendwie mit Filmen beschäftigt sein. Aber ich berichte natürlich, wie das Ganze verlaufen ist und werde bestimmt auch irgendwann in den nächsten Wochen mal die Kamera mit zum Stall nehmen und auch ein bisschen Sprotte mit Pferdfilmen. Also ich bin super gespannt, was sie dazu sagt. So, etwas zerstört. Und spät am Abend bin ich nun wieder zu Hause angekommen bzw. sitze noch im Auto und Pferde gleich hochgehen. Wir haben es jetzt fast 22 Uhr. Sprotte schläft im Kofferraum. Heute war wirklich ein sehr langer Tag, aber es war sehr schön. Sprotte fand es natürlich sehr aufregend bei den Pferden. Es waren auch andere Hunde da und Katzen und wir haben ganz, ganz viele neue Sachen erlebt. Deswegen heißt es jetzt schnell schlafen gehen. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder in einem nächsten Vlog. Das war's. 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 Vielen Dank.